Huhuhu, die Feiertage stehen vor der Tür, aber wer feiert eigentlich wann und was? Who knows? In Deutschland wird am 24. Dezember Heiligabend gefeiert. International ist aber erst der 25. Dezember Christmas Day, der der Geburt Jesu Christi gewidmet ist. Das macht aber alles nichts, denn das genaue Geburtsdatum ist sowieso weder biblisch noch geschichtlich überliefert. In Nordamerika gibt es an Christmas übrigens eine amüsante Tradition, die Weihnachtsgurke, die an einigen Christbäumen zu finden ist. Wer die etwas versteckte Gurke findet, bekommt ein Extra-Geschenk. Kwanzaa ist ein Fest, das von vielen afrikanischen Kulturen weltweit zelebriert wird. Es beginnt am 26. Dezember und dauert sieben Tage. Das Fest wurde im Jahr 1966 vom Aktivisten Maulana Karenga ins Leben gerufen und strebt danach, den sozialen Zusammenhalt und das Bewusstsein für kulturelle Werte zu stärken. Im Judentum wird während der Winterzeit Hanukkah gefeiert. Das Fest erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels. Es dauert acht Tage, wobei jeden Tag eine Kerze am Hanukkah-Leuchter angezündet wird. In Gedenken an das Tempelwunder, bei dem Öl, das eigentlich nur für einen Tag reichte, erstaunlicherweise acht Tage lang brannte. Im Islam ist das Fest des Fastenbrechens Eid al-Fitr sehr bedeutsam. Es findet am Ende des Fastenmonats Ramadan statt. Da sich der Zeitpunkt dieser Feiertage nach einem Mondkalender richtet, wird das Zuckerfest, wie es auch genannt wird, voraussichtlich erst im Jahr 2098 zur Weihnachtszeit gefeiert. Wenn ihr mögt, dann feiert, gedenkt, bildet euch und besucht die Seite der Hamburg Open Online University unter www.hu.de. Schöne Feiertage! Who knows?